Was richtig nerven bei mir, diese Panik machen. Was passieren, wenn? Was passieren, wenn? Was passieren, wenn kein Gas? Was passieren, wenn kein Strom? Was passieren, Leute? Gar nichts passieren! Gar nichts passieren! Wenn kein Gas, besser anziehen und fertig. Wenn kein Strom, Bilder ins Bett gehen, Frauen mitnehmen und Kinder machen. Nein! Eine Alternative immer geben. Vor ein paar Monaten alle heulen, was passieren, kein Klopapier mehr wie Arsch putzen. Was passieren, kein Mehl wie Brot backen. Was passieren, kein Öl mehr. Und jetzt, jeder Laden voll mit Klopapier, mit Mehl, mit Öl. Niemand mehr kaufen, niemanden interessieren diese Produkte. Und jemand ist gestorben? Niemand ist gestorben. Deshalb, keine Panik machen. Alles wird gut. Nur piano, Leute. Locker bleiben.